So, nachdem wir unser Cleaning dann fertig haben, machen wir uns am besten das Bild nochmal in einen Ordner. Den können wir auch gleich Cleaning nennen, um den Überblick zu behalten. Perfekt. So. Ich habe euch gerade eben schon erzählt, nächster Schritt ist die Frequenztrennung. Ganz kurz dazu. Frequenztrennung bedeutet, wir nehmen ein Bild mit all seinen Details und Farben und trennen das in genau diese zwei Sachen. Das heißt, wir haben eine Ebene mit Details, das heißt, da sind die ganzen Pickelchen da und die andere Ebene, wo nur die Farben sind. Das heißt, die hell-dunkel Sachen, alles, was mit Farben tun hat letztendlich. Und erst zusammen und übereinander gelegt, ergibt es dann das Bild mit all seinen Details. Das Ganze ermöglicht uns, die Details so zu verschieben, wie wir sie gerne hätten, ohne dabei das Bild an sich mit all seinen Schatten und Lichtern und Farben zu beeinträchtigen. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. So. Wir nehmen uns direkt mal zwei Kopien davon. Und eben klingelt mein Wecker vom Handy. Ich bin sofort wieder da. So, nachdem wir unsere zwei Ebenen dupliziert haben, deaktivieren wir erstmal die erste. Klicken die untere an. Gehen auf Filter. Rauschfilter. Helligkeit interpolieren. Wie ihr seht, die ganzen Details im Bild gehen verloren. Ich gehe jetzt mal ran. Es ist wichtig, dass wir einfach so wenige Details wie möglich haben. Aber trotzdem, die Linien, welche gegeben sind durch Lippen, Oberteil, Haare, die sollen noch alle so einigermaßen erhalten sein, damit man sich orientieren kann. Ich habe jetzt hier mal so einen Wert von 38 gewählt. Da sind auf jeden Fall keine Details zu sehen. Und das bestätige ich mal mit OK. Das dauert natürlich immer mal einen Moment. So. Dann gehen wir auf die obere Ebene, setzen die in den Modus lineares Licht. Gehen dann auf Bild, Bildberechnung. Wir wählen den Wert addieren, also den Mischmodus addieren. Skalieren. Hier muss die 2 stehen. Deckkraft 100%. Das Häkchen bei umkehren muss gesetzt sein. Dann sieht das nämlich so aus. Umkehren. Und wichtig ist, wir verrechnen das mit der darunterliegenden Ebene. Also mit der Ebene 2 in diesem Fall. Das ist unsere Farbebene. Sorry. Farbebene. Mit der verrechnen wir das. Ebene 2. Und klicken auf OK. So. Jetzt sieht man erstmal gar nichts. Das sieht genauso aus wie vorher. Aber um euch das mal kurz zu demonstrieren. Ich deaktiviere mal die Ebenen hier unten. Und schalte jetzt nochmal die Farbebene weg. Oder ich benenne die mal um in Farbe. Damit wir da nicht durcheinander kommen. Farbe. Und dann machen wir mal Detail. Genau. So. Wenn ich jetzt mal die Farbe, die Farbebene deaktiviere. Seht ihr. Hier sind jetzt nur noch die Informationen der Details gespeichert. Das heißt hier die einzelnen Haare. Kleine Fählchen. Kleine Pickelchen. Kleine, ja alles mögliche. Hier die Äderchen. Kleine und so weiter und so fort. Und das. Diese Sachen können wir jetzt ganz einfach verschieben. Ohne unsere Farbebene. Die zeige ich euch hier. Das ist unsere Farbebene. Ohne die zu beeinträchtigen. Super Sache. Kann ich nur empfehlen. So. Dann aktivieren wir uns die obere Ebene auch wieder. Und legen los. Dann nehmen wir uns am besten das Stempelwerkzeug. Härte. Man kann bis 100% machen. Ich mache es mir mal ein bisschen schwächer. Genau. So. Und dann gehen wir mal hin und gucken einfach mal ins Bild rein. Hier sehen wir zum Beispiel so kleine Pünktchen. Die könnte man weg machen. Jetzt ist es so. Wenn man das verändert hat, hat man nur über das Protokoll immer die Möglichkeit, seine Veränderung rückgängig zu machen. Deswegen mache ich es immer so. Ich kopiere mir diese Ebenen einfach nochmal. Kontroll-J. Stelle die aber auf den Modus Normal. Und mache daraus eine Schnittmaske. Schnittmaske bedeutet immer, dass diese Ebene sich nur auf die darunter liegende Ebene auswirkt. Genauso mache ich es hier mit der Farbebene. Die dupliziere ich mir auch einmal. Die ist ja schon im Modus Normal. Aber mache mir dann auch eine Schnittmaske draus. Okay. Auch gut ist, sich eine leere Ebene noch dazu zu machen, weil man hinterher mit Farben malen kann. Und Farben dort hinsetzen kann, wo man selbst will. Deswegen habe ich nochmal eine leere Ebene, die ich dazwischen lege. Man kann sich dafür natürlich auch Aktionen programmieren. Ich mache es ganz gerne immer manuell, weil sonst vergesse ich, wie es funktioniert. Okay. Gut. Jetzt haben wir das soweit. Gut. Wenn man jetzt mehrere oder längere Zeit auf dieses Bild geachtet hat und da hier seine Sachen hin und her geschoben hat, ist es oftmals so, dass man nicht mehr sieht, wo ist denn jetzt was. Deswegen erstelle ich mir daraus immer nochmal eine Hilfsebene. Ich nehme mir in dem Fall die Tonwertkorrektur. Die setze ich hier drüber. Mache die auch nochmal als Schnittmaske. Und jetzt hole ich mir einfach die dunklen Töne runter. Und die hellen noch hoch. Und da sehe ich gleich noch viel mehr. Sorry, Sandra. Das zeigt einfach alles. Aber du hast trotzdem super Haut. Aber hier sehe ich nochmal viel genauer, wo kann ich was bearbeiten, wo stört mich was. Da wird es nochmal hart betont. Ja, also dient wirklich nur als Hilfestellung. Also gehe ich in dem Fall einfach wieder zurück auf meine Detailskopie-Schnittmaske. Und nehme mir das Stempelwerkzeug. Und dann gucken wir hier mal rein. Das sind zum Beispiel solche Sachen. Es ist immer schwer, gerade bei Leuten, die Sommersprossen haben, das genau auszudefinieren. Was ist jetzt Sommersprosse, was nicht. Viele machen die Sommersprossen komplett weg. Ist auch nicht so meins. Ich lasse lieber da. Aber was ich erkenne als Pickelchen, das wird einfach weggemacht. Funktioniert ganz einfach. Auf unserer Ebene nehme ich mir einfach Details auf. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, einmal dorthin klicke, wo ich es haben will. Und dann gehe ich einfach über die Stelle drüber, die meines Erachtens nach weg könnte. Ihr müsst immer schauen, dass ihr Bereiche öfter mal aufnehmt. Weil es fällt auf jeden Fall auf, wenn sich Bereiche wiederholen. Und das innerhalb von ein paar Zentimeter. Ihr seht jetzt zum Beispiel, hier ist der Stich. Und da ist der Strich. Deswegen nehme ich mir jetzt gerade nochmal hier ein bisschen was auf. Und so geht es dann Schritt für Schritt durchs Bild. Also ich kann euch sagen, oftmals sind das hier gerade mit dieser Hilfsebene Sachen, die sieht man so gar nicht. Aber wenn einer genau hingucken will, macht man es lieber gleich. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch dafür Zeit. Je länger, desto besser. Gut, es hat halt nichts mehr damit zu tun, wie viele Leute Bilder bearbeiten, die sagen, ja, okay, mein Bild dauert zwei Minuten, dann ist es fertig. Die machen da zum größten Teil halt mit vordefinierten Filtern für Lightroom zum Beispiel. Damit arbeiten die. Hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. Gibt es mal gar nichts. Und supergeile Ergebnisse teilweise. Aber sowas ist da jetzt zum Beispiel nicht möglich. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Ja, das finde ich. Vielen Dank. So. Was haben wir hier noch. Also, was, das ist, ist, was, das ist, beibehält, beibehält, , 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 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, Aber zu der H-Bearbeitung würde ich sagen, machen wir später noch was anderes. Das macht es uns vielleicht leichter in dem Fall. Deswegen übergeben wir das Ganze mal und widmen uns noch mal ganz kurz der Haut-Ebene. Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier relativ dunkle Stellen unter der Lippe noch. Okay, das ist normal, aber es ist ein bisschen arg dunkel. Unter den Augen ist noch ein bisschen arg dunkel. Wir haben hier oben noch eine dunkle Stelle. Hier an der Seite ein bisschen arg dunkel. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausbessern. Ich nehme dazu immer den Mischpinsel. Nässe 80%, die Werte stimmen eigentlich so. Und ich nehme dann immer noch mal hier rein und versuche mir das so ein bisschen kleiner zu wischen. So, dass ich mir aus einem Bereich, der mir gefällt, einfach noch ein bisschen Farbe mit rüberziehe. Und ich nehme das so. Was ganz gut ist, ist auch, da kann man ganz gut den H-Ansatz ein bisschen nachziehen. Das war jetzt in dem Fall ein bisschen viel. Ja, können wir gleich nochmal in die Frequenz, das sehe ich gerade. Und hier funktioniert das gleiche Prinzip letztendlich wie bei der Detailebene. Ich nehme hier auch immer etwas Farbe auf, quasi von dieser Ebene nehme ich mir die Farbe auf und schiebe die einfach über die entsprechenden Bereiche drüber mit einem weichen Rand. Und somit gehen dann solche Schattierungen, ich sage mal nicht verloren, aber man kann sie auf jeden Fall ein wenig sauberer machen. Hier können wir auch gleich nochmal mit der Frequenz drinnen ran an die Nase. Auch wenn mir die Haut mal ein bisschen trockener ist, passiert das schneller. Ich erinnere mich, das war ein relativ warmer Tag draußen. Das war auch ziemlich spontan hier, dieses Shooting. Mit der Sandra, das ging auch. Wie lange ging das? Zehn Minuten. Und deswegen die trockene Haut wahrscheinlich. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz in die Details. Nehme mir nochmal meinen Stempel. So, wo hat mir das hier? Das hat mir jetzt hier irgendwie nicht gefallen. Ja, manchmal sind es dann doch irgendwelche Farbebenen. Wie gesagt, da muss man immer ein bisschen ausprobieren. Aber so kriegen wir das schon weg. Ja, so sieht es auch schon besser aus. Genau, hier unten am Mund war noch was. Das hat mir nicht gefallen. Vieles hier nicht. So, hier haben wir so ein kleines Fältchen. Genau. Ups. Gut. Genau, an der Nase können wir auf jeden Fall nochmal gucken. Die kleinen Fältchen, die jetzt hier noch unterm Auge sind, kriegen wir später auch nochmal mit einer anderen Methode weg. Beziehungsweise, irgendwo sind sie ja ein bisschen normal. Deswegen ist es, finde ich es teilweise nicht so gut, wenn man es übertreibt mit dem Ganzen. Um dann noch ein bisschen Realistik im Bild zu haben. Genau. Was haben wir hier? Das ist auch eine Sammelsprache, aber die muss man weg. Ich habe mich genervt. Weil ich es eben kannte. Das war nichts. Können wir mal gucken. Nee, die Sterne sind gar nicht. Nee, mich persönlich die Sterne sind nicht. Nee, finde ich schon ganz gut. Das wirkt gerade noch so wie so ein Strich. Das würde ich gerne noch weg machen. Schauen wir mal, an welcher Ebene das so liegt. Da hat man den Strich da. Das ist immer so ein bisschen eine Gefühlssache. Da muss man immer ein bisschen schauen. Okay, aber an sich gefällt mir das schon ganz gut. Und ab hier würde ich dann mit dem nächsten Schritt weitermachen. Ich verwende ganz gern die weiche Haut als nächstes. Das heißt, wir müssen abpudern nochmal. Oftmals macht es Glanzstellen weg. Haben wir jetzt hier keine, aber es macht das Hautbild nochmal ein bisschen weicher. Und zu dem Schritt kommen wir als nächstes.